Du wolltest übers Wochenende wegfahren. Ja gut, es hat halt etwas länger gedauert. Etwas länger? Marco, du warst 24 Jahre weg. Und ich habe hier alleine gewartet mit vier Kindern am Hals. Vier? Waren es nicht zwei, als ich aufgebrochen... Lenk jetzt nicht ab! Wo zur Hölle warst du eigentlich? Wo ich war? Weg. Sehr weit weg. Zum Beispiel im sagenumwobenen chinesischen Reich. In China? Sag mal was auf Chinesisch. Wenn du so lange dort warst, kannst du doch bestimmt inzwischen die Sprache. Ja, natürlich. Xing, Shang, Shang.